So, dein Freund, der ist ja schon um einiges älter, ja gut, und ihr seid noch nicht aktiv tätig im Bett. Da würde ich sagen, da verschreibe ich dir einfach mal die Pille, ja genau. So, hier bitte, damit einfach zur Apotheke gehen. Keine Sorge, die sind ganz, ganz dolle freundlich, ganz herzige Menschen, ja. So, dann, dann würde ich dir einfach noch eine Broschüre mitgeben. Da ist alles ums Thema Schwangersein ganz toll beschrieben, sodass du es auch verstehen kannst. Ja, gerne.